Okay, noch einmal. Noch einmal. So, also ich habe jetzt gerade einen Durchgang gehabt, wo ich ihn geschafft hatte. Da habe ich nur mit diesen Teilen hier angegriffen. Irgendwann in der Mitte des Kampfes kommt dann der Greif. Oder gegen Ende, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall versuche ich jetzt so oft wie möglich diesen Angriff hier durchzuführen. In der Zeit kann ich nämlich auch flüchten, das ist das Praktische darin. Wenn er seine Viecher da ruft, kann ich das auch benutzen. Das ist jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich das natürlich gerade weggerufen, das ist ein bisschen doof. Jetzt warte ich einfach mal, bis es wiederkommt und jetzt hier drauf gleich. Komm. Hopps. Gleich mal speichern. So. Ist er tot? Ja, er ist tot und jetzt hole ich mir nämlich die Energie von dem. Wo ist er? Und Angriff. Komm, Hopps. Und nicht anbrennen lassen, bitte. Oh, kurz Escape und wieder weg, weil sonst ist es übelst am Ruckeln. Und der jetzt auch angreifen, bitte. Dankeschön. Okay. Der sehe mich jetzt auch wieder tot. So habe ich es die ganze Zeit gemacht. Also das ist auch, glaube ich, meine Lieblingswaffe gewesen, die ich dauernd genommen hatte. Und, ähm, ja. Die bringt mir, äh, kommt, also damit komme ich auch zum Sieg. Also die andere, die ist einfach zu heftig. Die anderen Waffen. Jetzt zum Beispiel. Genau. Es geht endlich in die Sequenz. Ui, 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 ui. Wir haben es geschafft. Schnell, Alice. Du hast den Augenstab und die Truppe. Alles ist bereit. Ich übernehme den Jabberwock. Du bist die Größte. Führe uns zu sich. Zu doof zum Spielen, glaube ich, mittlerweile. Moment, ich nehme aber auch auf. Ja, ich nehme auf und speichern. Und jetzt werden wir nämlich auch mal hier speichern. Nicht laden, wir werden speichern. So. Gut. Und wir haben den Augenstab. Wir kommen jetzt zurück in das Level Verschwörung der Raupe. Na komm. Hops. Oh ja, da muss ich ziemlich viel schneiden. Also dieser Jabberwocky ist schon eine Glasse für sich. Besonders wenn man ewig lang nicht gespielt hat und dann gleich vor so einen Kampf geworfen wird. Das ist natürlich ein bisschen doof. Komm, lade. Das werde ich am besten mal schneiden oder so. Das dauert ja echt ewig lang. Ui, 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 ui. Speichern. Wo sind wir? Wir sind jetzt hier. Oh oh. Ich muss noch die Waffe wechseln. So, nehmen wir mal die Eins, weil die Viecher kriegen wir wirklich am besten mit dem normalen Messer einfach platt. Hier unten muss ich nicht hin. Ich war ja hier eigentlich schon. Ich habe ja hier eigentlich schon... Was ist denn das da? Ich habe ja hier eigentlich schon alles gemacht. Komm ich hier rüber. Ich muss jetzt wirklich nur noch? Anscheinend dieses Viecher anlabern. Na du? Anscheinend doch nicht. Erzählst du gar nichts? Hatten wir dich schon. Oh 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 oh. Renne. Gegen den möchte ich nicht unbedingt. Stirb doch mal. What? Na klar, jetzt kommt der Kleine hier noch. Messer habe ich wieder. Oh, das ist mies. Ich hätte doch rüber hüpfen sollen. Komm erst mal der Kleine hier. Dann kann ich hier abhauen. Ui! Zu spät zur Seite gerannt. Also die Viecher nerven hier echt. Man muss dann die ganze Reihe Zeit rennen, 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 rennen. Sonst wird man wieder getroffen. Du und Attacke. Habe ich ihn jetzt? Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Mein Gott. Okay, okay. Ach, der schon wieder. Warte mal, das war die 5. Und. So. Komm. Erst da. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo ich hin muss. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Klar, jetzt weiß ich es wieder. Moment, wir speichern mal. Und zwar war doch an der einen Seite so ein komisches Tor. Und das war ja irgendwie so verpluppert oder was das war. Und da müssen wir dann hin. Ich muss jetzt nur mal gerade suchen, wo das überhaupt war. Warte mal, hier steht es doch. Da geht es zu Jepperwag. Und das. Nee, da müssen wir garantiert drüben lang. So. Wo geht es hier lang? Majestic Maze. Ja, das hört sich an wie die Königin. Na, komm her. Oh, Biere. Nee, das war nicht zu früh. Okay. Ach, ist klar. Jetzt komme ich hier natürlich nicht ran, oder? Hm. Dann halt nicht. Dafür kann ich hier mir den Kram holen. Warte mal, war da oben nicht was? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da haben wir schon die ersten Herzsoldaten. Uäh. Die ersten bösen Herzsoldaten. Oh. Gott. Habe ich ihn wenigstens erwischt? Jetzt? Nee. Oh, Volltreffer aber auch. Jetzt habe ich ihn aber. Noch irgendwas Herzmäßiges? Ja, hier. Ist klar. Gib mir mein Messer wieder. Die Roten können anscheinend schießen. Oh. Moment, ich will Heilung. Und weg hier. Weg, 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 weg. Boah, der rennt mir auch noch hinterher. Ich glaube es nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob der Kram verschwunden ist. Mist. Er hat gemerkt, dass jemand ihn beschießen wollte. Oh, 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 oh. Habe ich ihn getroffen? Nee, leider nicht. Komm, und Schuss. Jetzt habe ich ihn nicht. Toll. Jetzt habe ich ihn aber. So, jetzt du noch. Okay, Nummer eins. Ich glaube, dreimal lassen sie sich treffen. Na, das war nix. Komm, jetzt. Nummer zwei. Und einmal noch, dann haben wir ihn eigentlich. So, ich habe leider keine Übersicht, wie lang der Part hier schon geht. Deswegen werde ich einfach mal nach Gefühl machen. Wenn er kürzer ist, tut mir leid, wenn er länger ist. Ja, dann. Ja, weiß ich nicht. Schön für euch. Oh, komm. Wieso treffe ich den jetzt denn nicht? So, Messer her und dann gehe ich ihn hier ran. Hops. Na, wer sagt es denn? So, Heilung, 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 bevor mich der hier angreift. So, und schnell wegrennen, schnell wegrennen. Zickzack am besten, dann kriegt er mich nicht. Okay. Ich glaube, das ist ihm total egal. Schießt denn der hin? Na, ich habe auch total daneben getroffen. Hahaha. Gleich beim ersten Mal. So. Das heißt, wir sind geheilt. Ich speichere mal. Und jetzt müsste nämlich eigentlich eine Sequenz kommen und danach gibt es einen Cut. Achso, Moment. So. Muss ich da jetzt angreifen oder... Wie mache ich das jetzt? Ich weiß es nicht. Achso. Okay. Wir haben das Tor durchbrochen. Was auch immer das hier darstellen soll, das weiß ich nicht. Und hier hinten kommen wir jetzt in die majestätischen Irrgärten. Oder den majestätischen Irrgärten. Ich werde jetzt gleich mal abspeichern, damit nichts passiert. Am besten erst S und dann speichern. Und dann gibt's einen Cut. Puh, also zwischendurch dachte ich jetzt, mein Spiel spinnt und will sich aufhängen. Weil da stand keine Rückmeldung. Okay, das ist schon gespeichert. Das ist okay. Gut. Das heißt, wir werden an dieser Stelle einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Aufnahme stimmt auch noch. Und bis dahin. Und ciao.